21 21 stopp feines bundesliga pickel team case break number six also teams auf der rechten seite dank an alle fürs mitmachen viel glück hier we go finales bundesliga case nummer sechs viel glück jungs post Ich habe es sehr gut gemacht. first box brian lasmi in ruhe für bielefeld auf 199 kamera das mitspielen bitte dankeschön und glatt bachen neuhaus auf 99 kevin trapp deicat und david raum rookie wir haben liebling und ansca knauf für frankfurt auf 350 auto timothy chandler für frankfurt steffen nicht nummeriert das auto des cases die jungen für freiburg auf 300 wir haben schick für rest leverkusen und luca netz reflektor und daniel marlin black auf 199 für den pvp rest der hut reflektor und seguin purple auf 250 für für den zu im rück geht es wir starten mit franks pink wolfsburg auf 300 baumann für hoffenheim und paul wanner reflektor rookie für bayern rest augsburg auf 150 neuhaus in zelt und muss hat die ab jetzt leverkusen auf 250 und auto natürlich habe ich nicht wolfsburg genommen das war klar sauer schlager für wolfsburg purple auto auf 80 limitiert 53 von 80 aber schlager für wolfsburg ich glaube der ist jetzt bei leipzig das richtig zu sagen hertha 350 christopher scott feines ihren talen und kurse nur reflektor wir haben große in zelt und große ping 300 für wolfsburg und david rom rupee all right das war So, jetzt habe ich einen Schrappel. zwei wir starten mit haul warner yellow rookie für rest bayern auf 350 limitiert dann haben wir die cut ortega und tremel refractor wir haben sosa für stuttgart und abonichi für union pink auf 300 black der hut für dortmund und dahinter ein auto für den vfl bochum coach nicht nummeriert geht an wunsch als niederlechner für augsburg gold refractor auf 50 noch mal und eggestein für freiburg refractor wir haben pritel insert und radetzky für leverkusen auf 350 leider nur jordan henderson in liverpool break beyers auf 199 für stuttgart und gummi für augsburg auf 250 leider letzte platze frank zentner und patrick schick refractor wir haben carly jury augsburg und neuhaus 350 für glattbach und muss die abi auto war ja klar ich hab's geahnt green auto rest leverkusen stefan kongress auf 50 limitiert muss die abi sehr cool ich mag den abzone für bochum auf 250 purple bebu ecgestein blue für freiburg auf 150 und so arers bochum auf 99 Sohn's ish Base Green Refrector Vielen Dank. nächste box abijama für fürth auf 199 wir haben pipa für bielefeld auf 250 und lindström ist rookie für 350 für frankfurt und marvin friedrich für gladbach und zwar auf 65 limitiert marvin friedrich niederlechner für augsburg pink ist auf 300 limitiert augenegi und indica für frakter baumgartner black auf 199 für hoffenheim sosa und knoche für union auf 99 wir haben lucia für bochum pink auf 300 daikard ist zentner und ricardo pepi refractor lacroix für wolfsburg auf 150 griffo und gold georgino rutter rookie auf 50 gold refractor rookie sehr cool hoffenheim wir haben andy edgy für bochum auto nummeriert auf 99 und timothy chandler auf 350 für frankfurt wir haben baumgartenrefractor wir haben baumgartenrefractor carly jewry und nilsson für bochum äh für bielefeld sorry auf 300 knut äh für bielen k k Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ich habe jetzt noch ein paar Worte. nächste box auf 350 gedreht und klostermann doch wir haben wohl nur red ich muss sind die auto erst mal wie dovitsch bayern rookie auf 199 und wir haben eine red hinter der hinterm rewiger auto kommt eine red auf fünf wahrscheinlich das mal eben hier gucken wir sofort wir haben über meccano sosa und auf 350 jones hector köln also rewiger auto und dahinter kommt eine schöne rote robin knoche die geht an das ist ein rookie sehen wir es hier es ist ein rookie das ist nicht auch rewiger oder diesmal nicht ich dachte gerade weil die hand ähnlich war ok viel glück jungs ist es bayern rotes trikot in bayern sein ist es bayern es ist die bayern es ist christopher scott rookie 2 von 5 morrow congrats nice one 2 von 5 christopher scott rookie auf fünf sehr cool schön hit und natürlich sind die rähiger auto auf 99 sehr cool schöne box weiter geht's ja mal pro panos auf 199 für stuttgart und endo für stuttgart auf 99 dann haben wir drei katz zentner und reflect das asano griffo und muss hat die rw auf 350 und auto für augsburg lasse günther 250 limitiert haraguchi für union pink auf 300 winström rookie stach neuhaus refractor blue christiansen für fürth auf 150 carly jewry insert um bellingham purple nummer zwei sch soak mal sindr kein micro vergang offert das war eine schöne box soll ich sagen ne sie in diesem Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich schloss hier alle Karten rein, sorry Jungs, vielleicht ein bisschen zu schnell. Wir starten mit Musiala, Blue für die Bayern auf 150, Marvin Friedrich auf 250 für Gladbach. Die Karte ist Kevin Trapp und Dahul Refractor, Max Kruse und Patrick Schick auf 350, Neverkusen. Orange, Ansgar Knauf, Auto für Frankfurt, nice, Orange Auto auf 10 limitiert, nice, 5 von 10, Ansgar Knauf für Frankfurt. Sehr cool, schöner Hit. Keitel für Freiburg auf 300. Das ist ja dein Spieler, Angel Silber. Stark Refractor, Schöp für Bielefeld, Black auf 199. Leveling und Grilic für Hoffenheim, 99. Schön, Musiala. Weiter geht's. Khedira für Union, Pink. Daikard ist Baumann und Refractor ist Boateng. Seguin für Fürth auf 199, Black, Prietl und Barrero für Mainz auf 250. Wir haben Auto, Christian Günther für Freiburg. Nicht nummeriert, Chris. Hofmann für Gladbach auf 350. Fractors Friedrich für Gladbach, Neuhaus für Gladbach, Thielmann für Köln auf 300. Nutz. Drei Boxen haben wir noch. Drei Boxen haben wir noch. Drei Boxen haben wir noch. Alright, schauen wir mal. Baku. Friedler Baku auf 350 für Wolfsburg. Wir haben Dicard Manuel Neuer und Refractor Erling Haarlands. schlager und thielmann für köln pink auf 300 black is mecca und das auto dahinter geht an ricardo peppy und augsburg thomas jan sommer für glattbach 250 krimarisch für hoffenheim reflektor ist bw für hoffenheim polinio für leverkusen und luka netz für glattbach auf 350 dann haben wir lucas auf 350 tab zu bar auf 99 für leverkusen kugel und kevin schade rookie reflektor und 350 für bielefeld und opa meccano auto für die bayern auto noch in bayern hit hier meccano und die ist nummeriert auf 80 marco reuss ach nee pass lag auf 300 pink für rest bvb wir haben polinio refractor black ist jansommer für glattbach 199 und neuhaus gold refractor 50 für glattbach ist ganz ok da würde ich auch sagen gibt natürlich bessere bestimmt aber so bisher ist eigentlich ein stil vom namen her ja wird ja wird steck er und berlin gerne haller nur mupe kukul auf zwei boxen noch massimo für stuttgart auf 199 schöpf für bielefeld auf 259 frankfurt insel und hier wird sich für hertha auf 350 auto mecca für wolfsburg schön und grifo für freiburg pink die ist auf 300 mecker noch mal so sagen frakte anders und köln auf 150 baumgartner und jose gary 250 für glattbach das auto limitiert ist 80 oder so meine 65 sogar für wolfsburg andere wir haben kaladic stuttgart auf 300 daikard giekewitz und marco reuss reflektor die jungen auf 150 für fürd karaguchi refractor skiri auf 99 für köln und musa diaby auto nummer zwei wow echt jetzt right in my face purple auto auf 99 diesmal wow doppel diaby autos nicht schlecht kaligiri auf 350 knauf insel massimo traktor musiana insert und barco pink auf 300 frankfurt krass war nicht mehr so teuer aber es ist nicht mehr so teuer all right last box guys all right here we go So, next box, the last box, Wumpa für Stuttgart auf 199, Lindström, Purple auf 250, Rookie, nice, Frankfurt, Ortega und Lewandowski, Sosa und Jowatich auf 350, Goldauto, Christopher Scott, nochmal die Bayern, wow. Gold, Refractor, das ist bestimmt auf 50, 25, und das ist 9 von 25, Christopher Scott, Auto, und Lindström auf 250, Rookie, ist auch nicht so verkehrt, ne? Wir haben ja schon hier ein paar Farben machen, Mecca für Wolfsburg auf 300, Pink. Wir haben Player, Florian Wirt, Refractor, Mecca nochmal, ist auch dabei, 150 für Wolfsburg. Schlöpf für Bielefeld auf 250, und der letzte Stack. Here we go, komm, was was Schönes zum Abschied noch. Krüger für Bielefeld auf 300, wir haben Diker, Zentner, und Refractor Keitel. Christopher Scott, Blue auf 150, für die Bayern, Grifo, und Schlager auf 99 für Wolfsburg. Und St. Juiz Day, letztes Auto im Break. Kein Wirt, kein Bellingham, kein Haaland, kein Mokoko. Das ist St. Juiz Day. Für Mainz. Wir haben noch Patrick Schick auf 350, für Leverkusen. Und dann haben wir noch Radetzky, Refractor, Olmo, und Christopher Scott zum 10. Auf 300, für die Bayern. Und das war's fürs Case. Ich mache einen kurzen Recap. Overall, da habe ich ein ganz cooles Case. Alright, here we go. St. Juiz Day Auto für Mainz. Christopher Scott auf 25, Auto für Bayern. Mecca Auto auf 65, für Wolfsburg. Wir haben Neuhaus Gold Refractor, 50. Uppert Meccano, Purple Auto auf 80, für Bayern. Peppi Auto für Augsburg, Günther Auto für Freiburg. Musiala Blue auf 150, Bellingham auf 250, Diaby auf 350. Günther Black Auto auf 250, für Augsburg. Widowitsch für Bayern auf 199, Rookie. Bellingham auf 250. André Edgy Auto für Bochum auf 99. Marvin Friedrich Auto für Gladbach auf 65. Werner Kotschab Auto für Bochum. Und Paul Wanner auf 350, für die Bayern. Dann hatten wir, wir starten mal mit Salverschlager Purple Auto für Wolfsburg auf 80, sowie Sidney Rewiger Auto Purple auf 99 für Leipzig. Wir hatten zweimal Linström, einmal auf 250, Rookie und einmal auf 350, Rookie für die Frankfurter, sowie Ansgar Knauf, Orange Refractor Auto auf 10, limitiert sehr cool. Und Jorginho Rutter, Gold Refractor Rookie für Hoffenheim. Wir hatten Christopher Scott Red auf 5 für die Bayern. Rookie auch. Und Timothy Chandler Auto für Frankfurt. Und zwei Muster Diaby Autos, einmal in Purple und einmal in Green. 99 und einmal auf 50, limitiert. Glückwunsch an alle Gewinner. Also, das war's für Finest Case Nummer 6. Vielleicht machen wir nochmal Case Nummer 7. Wir schauen mal, okay? Danke an alle, bis mitmachen. Pups, die nächste Mal. Peace.